In diesem Video erfahrt ihr die Wahrheit über Barry. Oh mein Gott! Viele von euch kennen Barry bestimmt durch meinen Shorts. Zum Beispiel durch dieses hier. Was machst du hier? Ich bin ein Schatz. Oder vielleicht sogar durch dieses hier. Geht, ich bin der Larry. Leute, ich lache mich jedes Mal kaputt, wenn ich diese Shorts sehe. Also ich selber, während ich filme, kriege einfach Lachflash. Und die meistgestellte Frage ist immer wieder, ist Barry echt oder nicht? Liked alle schon mal dieses Video und kommentiert diesmal mit Hashtag Barry. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei diesem Video. Heute kann Barry mich besuchen, Leute. Und ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, um echt die Wahrheit herauszufinden. Ist Barry echt oder ist er doch nicht echt? Ist er vielleicht Fake? Wir haben schon kennengelernt, Barrys Vater, Barrys Mama und sogar Barrys Bruder Larry. Leute, der Seckmann hat ja eher einen Bruder. Leute, er kommt mich auch jetzt gleich besuchen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und er darf auf jeden Fall keinen Verdacht schätzen, Leute. Er darf nicht wissen, dass ich ihn gerade spioniere. Sein Papa ist Spion. Leute, ich muss richtig aufpassen. Aber wir müssen auf jeden Fall heute herausfinden, wer ist Barry? Also ich bereite für Barry jetzt schon mal ein bisschen was vor. Er wird bestimmt gleich Roblox zocken. Deswegen müssen wir jetzt unser PC hier mal anmachen. Leute, guckt mal, wie cool pink das hier leuchtet. Voll krass, oder? So, auf jeden Fall. Roblox geht gleich an. So, ich vergesse mal den Monitor einzuschalten, damit Barry immer richtig sauer. Leute, wo ist denn überhaupt dieser Punkt? Es kann doch nicht sein, dass ich den immer wieder nicht sehe. Auf Roblox wird er sich richtig freuen, Leute. Und Fortnite ist sein zweitlieblingsspiel. Das hat er auch in den Shorts erklärt. Ich weiß nicht, ob ihr meine Shorts guckt. Aber einmal hat er gesagt, was für Videospiele auch seine Favoriten sind. Okay, damit er auch Fortnite heute noch spielen kann, muss ich natürlich auch noch die Playstation anschließen. Leute, Barry ist immer so sauer, dass er auf der pinken Playsee spielen muss. Aber was soll ich machen? Barry, hier ist Hashtag Team Pink. Du kommst mich doch besuchen. Barry ist manchmal so frech, Leute. Und wisst ihr, was dein Lieblingswort ist? Fego. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, nervt mich nicht. Oder hört auf, mich zu nerven. Wieso stresst ihr mich? Und das sagt er so oft. Er ist immer genervt. Egal, jetzt schließen wir mal die Playstation an. Wo ist eigentlich meine Playstation, Leute? Die müsste da in der Ecke sein. Oh Mann, nicht Barrys ernst. Letzte Mal hat er sie nicht zurückgeräumt, als er gespielt hat. Mann, Barry, ey. Wenn der nach Hause kommt, der wird noch Sinn. Der wird noch Ärger bekommen. Okay, die Playstation steht. So, Prime habe ich jetzt auch schon hier drauf gepackt. Wisst ihr, was Barrys Lieblingssorte ist? Einfach pink. Ja, er mag die pinke Playsee nicht, aber er mag pinke Prime. Ist doch nicht sein Ernst, ey. Egal, weil Barry das so sehr liebt, haben wir das jetzt auch vorbereitet. Leute, auf jeden Fall braucht er was zu naschen. Und wisst ihr, was seine Lieblingssüßigkeit ist? Kinderjoy. Leute, schaut mal, wie viele Kinderjoy-Schokoladen ich hier drin habe. Ich habe diese Harry Potter Kinderjoys alle gesammelt. Aber das habt ihr bestimmt schon in meinen Shorts gesehen, wo ich die alle ausgepackt habe. Leute, so, was jetzt noch zur Vorbereitung nicht fehlen darf. Barry hat immer pinke Hausschuhe bei mir zu Hause. Pinke. Das sind seine Lieblingsschuhe. Und die seht ihr in all meinen Shorts, wo Barry dabei ist. Er trägt immer nur diese eigenen Schuhe. Ich weiß auch nicht, wieso, aber er zieht immer direkt seine Schuhe aus und zieht dann diese hier bei mir an. Ja, Leute, das hier sind seine Lieblingsschuhe. Guck mal, wie platt gedrückt die sind. Er sitzt da immer. Wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Barrys Füße sind doch fake, oder? Also, die sind doch fake. Ich meine, guck mal, er setzt sich, glaube ich, immer mit seinen Knien hier rauf. Leute, ich werde heute sowas von die Wahrheit von Barry herausfinden. Bleibt dran, das wird so spannend. Und diese Schuhe, die packe ich ihm jetzt auch hier einfach, ich packe sie einfach hier hin. Wenn er hier kommt, kann er direkt naschen und auch was trinken. Wisst ihr eigentlich, was mich Barry letztens gefragt hat? Ob er Autogrammkarten für seine Freunde mitbringen kann? Leute, Barry hat einfach Freunde, die meine Fans sind. Dankeschön, Hashtag Team Pink. Ihr seid richtig krass. Auf jeden Fall, für Barry bereiten wir jetzt auch noch ein paar Autogrammkarten vor. Leute, die sind von meinem neuen Merch. Den könnt ihr am 6.04. um 14 Uhr bestellen, Leute. Link ist in der Videobeschreibung. Leute, Barry ist einfach der Allercoolste. Und wer das auch so findet, schreibt auf jeden Fall jetzt Hashtag Barry in die Kommentare, Leute. Let's go, wenn er das alles liest. Ey, der wird sich richtig freuen. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache auf meinem iPad? Barry hat sich Robux gewünscht. Er liebt Robux über alles. Er spielt jeden Tag Roblox. Er ist so crazy. Auf jeden Fall holen wir ihn jetzt 1000 Robux. Leute, 1000 Robux. Boah, ich gönne ihm das jetzt. Aber der wird sich sowas von freuen, wenn er gleich da ankommt. Eine Sache muss ich euch noch sagen. Er wird bestimmt sauer sein, Leute. Aber sorry, sorry, Barry. Ich muss das jetzt sagen. Sein Lieblingsessen ist einfach Bulldack. Leute, er liebt Bulldack über alles. Wer von euch kennt das eigentlich? Hat jemand das schon mal gegessen? Also diese Yum-Yum-Nudel, die kennen wir ja alle. Aber wer von euch kennt Bulldack? Ey, Barry, er kommt zu mir am Abend. Er macht sich einfach Bulldack, ohne mich zu fragen. Ich liebe doch auch Bulldack, Barry. Auf jeden Fall musste ich das jetzt sagen. Leute, das wusste noch keiner. Aber wer von euch liebt auch Bulldack? Kommentiert. Leute, gleich ist es soweit. Barry kommt jetzt. Er müsste jeden Moment klingeln. Oh mein Gott. Barry ist da. Barry. Leute, wir sind heute die Wahrheit raus. Yeah. Barry, ich komme. Hi, Barry. Hallo, Jansel. Na, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Hast du jetzt meine Robux geholt? Ja, komm, komm, komm. Ich hab noch viel mehr für dich. Eine ganze Überraschung. Wow, ich freu mich voll. Hi, Barry. Hallo, Leute. Was geht ab? Wo sind deine Hausschuhe? Ja, ich zieh jetzt aus. Gib mir mal jetzt meine Schuhe. Ah ja, ah ja. Guck mal, die hab ich doch von vorhin noch. Ja, ich liebe diese Schuhe. Ey, die hab ich für dich extra ausgepackt, ne? Ja, ich zieh jetzt an. Ich weiß. Ey, Leute, zeigt der gerade seine Knie? Hopp. Zeigt der seine... Er hat seine Knie nicht gezeigt. Die Wahrheit haben wir nicht gehört. Ja, okay, komm, Barry. Was flüsterst du denn da? Gar nix, gar nix. Alles ist gut. Na, Barry, wie war dein Tag so? Ja, frag mich nicht so viel, man. Figo. Ich will jetzt endlich mal ein bisschen Süßigkeiten essen. Süßigkeiten? Ja, weißt du, was ich extra für dich vorbereitet habe? Ich hab richtig viel Kinderjoy. Oh, ich liebe Kinderjoy. Ich weiß. Guck mal, auf dem Tisch jetzt hab ich richtig viel. Ach, hier? Ja. Das sind meine Kinderjoys. Ja. Wow. Ich esse jetzt Kinderjoy, Leute. Leute, ich wusste, ich liebe Kinderjoys. Ich hab so schön gesehen. Ja, liebe Kinderjoy. Und wisst ihr, wie ich die Kinderjoy esse? Wie denn? Ohne Löffel. Guck mal. Leute, das wusste ich nicht. Man macht so, ja, und dann... Alles gut, Barry. Hauptsache, es schmeckt dir... Leute, seid mal ehrlich. Er ist doch so cool wie in seinen Shorts, oder? Hände waschen muss ich auch nicht. Oh mein Gott. Leute, das hat er nicht... Das muss man auch so sauber machen, weißt du? Ey, Leute, ich muss das irgendwie schlau machen, damit ich ihn so von hinten filme. Also ich muss das jetzt irgendwie versuchen, dass ich ihn von hinten bekomme aufs Video. Wir schaffen das bestimmt gleich. Er soll sich mal ein bisschen ablenken mit Roblox. Ich bring ihn mal jetzt ins Gaming-Zimmer. Komm, Barry, ins Gaming-Zimmer. Okay, ich nehm mein Preim mit, ja? Okay, nehm mit. Okay. Macht Spaß? Ja, ich liebe Roblox. Cool. Weißt du, was ich dir auch ein Geschenk hab? Was denn? Ich hab für dich Roblox gekauft. Der Code steht hier drauf. Okay, ich mach ein Foto. Boah, tausend Roblox! Ja! Wuhu! Wuhu! Komm, Mist, auf die Eile! Wuhu! Wir spielen ja heute noch Fortnite und wenn der Fortnite spielt, da werde ich es schaffen. Ich sag's euch, bleibt jetzt dran. Jetzt kommt die Wahrheit von Barry raus. Ich sag's euch, versprochen. Let's go! Na, Barry, macht Fortnite Spaß? Ja, puh, puh. Puh, 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 puh. Hast du eigentlich deinen Piñata gesehen? Ja. Guck mal, der ist hier. Ja, ich kenn den schon. Leute, wer mag Fortnite? Ich! Ich auch, haha. Hahaha. Ja. So, spiel mal weiter, spiel mal weiter. Okay. So, alles gut, Leute. Wir müssen es jetzt versuchen. Wir müssen es jetzt versuchen. Barry, ich muss wirklich kurz hier durch. Nein. Was? Nein. Leute, es reicht jetzt. Ich muss ihn jetzt richtig austricksen. Er soll mal jetzt so tun, als wenn er hier einen Schatz sucht. Also, er soll mal wirklich suchen. Leute, das piept immer, wenn da irgendwie paar Szenen auf dem Boden liegen. Ich hoffe, ich schaffe es dann endgültig, seine Füße zu sehen. Ich muss es finden. Barry. Barry. Barry, ich habe für dich, weil du jetzt bei mir als Gast da bist, einen Schatz versteckt. Einen Schatz? Genau, den musst du jetzt aber komplett durch meine ganze Wohnung suchen, Barry. Du musst hier durch die ganze Wohnung gehen, okay? Okay. Hier irgendwo liegt ein Schatz. Aha. Ich such den Schatz jetzt. Okay, let's go. Leute, ich glaube, der ist richtig abgelenkt gerade. Wir gehen jetzt mal hinter seine Beine. Oh mein Gott, Leute. Leute, 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 ist es jetzt soweit? Oh. Er hat Beine. Leute, ich bin schockiert. Er hat Beine. Er hat Beine. Leute, er hat Beine. Das ist die Wahl. Barry. Barry. Du, ich bin hinter dir. Wo bist du? Hinter dir. Barry. Hör auf, mich auf den Arm zu nehmen. Dich gibt es gar nicht. Nein, meine Füße. Habt ihr gesehen? Nicht nur ich. Unsere ganze Community hat es gesehen. Leute, ihr habt nichts gesehen. Er muss uns jetzt auf jeden Fall die Wahrheit sagen, wer er ist, Leute. So, jetzt spricht Barry. Barry. Was? Es kann nicht sein. Ich hab deine Füße gesehen. Mach jetzt diese Fake-Schuhe weg. Mann. Mach jetzt diese Fake-Schuhe weg. Okay. Du hast Beine. Und ja, ich hab auch Beine. Das ist die Wahrheit. Mein Gesicht ist aber echt. Nein. Mir ist was aufgefallen. Was denn? Mit der echten Kamera siehst du nicht so aus. Wie? Barry, das bist du. Nein. Mann. Ja, hör euch jetzt. Jetzt habt ihr es alle herausgefunden. Ja, das ist jetzt die Wahrheit, ihr barbarisch, Leute. Seht ihr das? Barry ist barisch. Aber ihr findet Barry doch alle cool. Oh mein Gott. Du bist einfach Barry. Jetzt habt ihr es alle herausgefunden, Leute. Leute, ich bin schockiert. Seid ihr auch schockiert? Also viele von euch wussten es bestimmt. Aber viele haben sich auch gedacht, vielleicht wäre Barry echt, oder? Leute, Barry ist auf jeden Fall die Nummer 1, ey. Er ist der krasseste. Und mein Schott ist ja der krasseste. Sagt mal, wollt ihr mehr von Barry sehen? Und wollt ihr auch, dass Barry Barry bleibt? Sagt ihr jetzt. Ich habe Pommes auf die 1. Guck mal, wie gut er das machen kann. Oh mein Gott. Wie weißt du, Barry ist auf jeden Fall eine Rolle von mir. Und kommentiert mal jetzt, findet ihr Barry cool? Ja. Sollt Barry öfter in den Shorts und in den Videos bei Jansel dabei sein? Ja. Ja oder nein? Dann like. Kommentiert. Genau. Kommentiert das Video mit Hashtag Barry. Und like das Video und dann ist Barry Flash öfter dabei. Oh mein Gott, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Tschüssi.